... auch Nadia Fankini Schwester, Elena Fankini fehlt natürlich, also da sind einige nicht mehr mit dabei und dann auch noch ein Ausfall mit Nadia Fankini, das ist dann besonders schwer. Jetzt kommt das Comeback des Jahres, kann man sagen, im Speed auf jeden Fall Ilka Stuhetz. Den ganzen letzten Winter hat sie wegen ihrer schweren Knieverletzung verpasst, jetzt ist sie zurück in den Trainings, hat das schon sehr gut ausgesehen, hat sie sich bereits wieder in den Top 10 zurückgegeben. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.